Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Diesmal eine Art Special Folge, denn ich öffne Alpha Packs. Ein Alpha Pack Opening ist am Start. Ich habe 9 Alpha Packs. Warum 9? Quersumme aus 54. Ja, also ich erkläre es von selbst. Ich möchte natürlich einen Zusammenhang immer haben. In Battlefield 1 habe ich 54 Alpha Packs gehabt. Jetzt hier 9, denn es dauert sehr lange Alpha Packs zu bekommen. Weil es alles mit Glück ist. Hier sieht man meine aktuelle Chance. Kann ich jetzt leider nicht zeigen. Aber nicht so mit einer Maus oder sowas drüber gehen. Aber hier sieht man, links 12,5%. Wir sind mal wieder live auf Twitch. Hallo an alle auf Twitch. Ich bin auch sogar in einem Trupp drin. Habt ihr aber gerade gestummt. Na gut, ich erwarte, aber ich hoffe, entweder eine Black-Eyes-Tarnung für die F2 von Twitch oder für Bandits MP7. Das wäre geil. Oder ein Chibi. Ich hoffe, dass ich einen Chibi bekomme. Okay, öffne ich mal. Mein erstes Pack. Aber ich hoffe nicht, irgendwelche Kopfbedeckungen oder Sachen wie zum Beispiel für Bug, die ich nicht mal besitze. Ach nee, ist nur so ein Standardzeug. Das ist langweilig. Ach man, was... Ja, okay, das sieht eigentlich ganz geil aus, oder? Was meint ihr? Sieht eigentlich ganz geil aus. Ist auch ganz gut, denn ich hab mir Valkyrie erst vor kurzem geholt. Dann machen wir auch gleich weiter. Halt ich jetzt eine Neukunftbedeckung für Valkyrie. Jawohl, was legendäres. Alter, mach ich mal auf. Und? Trommelwirbel bitte. Black-Eyes-Tarnung für die P90. Alter, geil. Ich spiele zwar die MP5, aber jetzt werde ich zur P90 wechseln. Alter. Oh, mein ey. Black-Eyes-Tarnung am Start. Ja, läuft, würde ich sagen. Ah, und dann mache ich auch gleich weiter. Ich hab mich doppelt. Warum auch immer. Ich hab mich gerade doppelt. Und was gibt's jetzt? Ah, wieder ungewöhnlich. Na gut. Was gibt's jetzt? Hoffentlich keine Kopfbedeckung. Oh, sogar jetzt noch was für die MP5. Geil, wenn wir schon dabei sind. Weil das wird dem Chat geschrieben, ich bekomme nie Black-Eyes. Black-Eyes-Tarnung. Okay, jetzt hab ich auch schon Skin für die MP5. Das ist auch geil. Also das Ziel sei schon erreicht. Ich habe mein Black-Eyes bekommen. Jetzt hoffe ich ihn auf dem Chibi. Ich möchte den Chibi haben. Oh, nochmal ungewöhnlich. Was ist hier drin? Alter, was ist das? Was ist das? Sapiens. Ja, für die Pumpgun, die ich nie benutze. Na gut, kann ich auf Smoke drauf machen. Weil Pumpgun spiele ich eigentlich nie. Wieder mit Sledge noch mit Mute. Oder sonstigen. Na gut. Na gut, weitermachen. Ja, weitermachen. Ich kann mir theoretisch noch zwei Alpha-Packs kaufen. Das Problem, ich habe nicht genug. Also ich möchte mir noch ein paar Opferhälter holen. Ach, schon wieder ungewöhnlich. Was ist hier drin? Geil, eine Kopfbedeckung von Opferhältern, die ich nicht mehr habe. Ja, sieht ganz okay aus, aber ich besitze. Ich besitze neulich mal einen Bug. Und ich werde mir auch feierst nicht holen. Erstmal kommt Echo. Oh, die neuen Opferhälter, die hier weit rauskommen. Aber ich mag Echo. Echo sind Fun-Opferhälter. Was gibt's jetzt? Jawohl. Selten. Äh, nee. Wie heißt es? Episch, oh? Weiß ich nicht. Nee, Episch ist ja Lieder. Alter, was ist das für ein Skin? Was ist das für ein Skin für Kapkan? Ja, mach ich auch auf. Der gefällt mir irgendwie. Also das ist eine Kopfbedeckung, meine ich. Ah, selten heißt das, okay. Der gefällt mir, um ehrlich zu sein. Aber man sieht leider halt nicht, ne? Man sieht leider den Kopf nicht der Leute. Deswegen. Wie weiß ich, ob jetzt habe ich überhaupt noch? Weiß ich nicht. Nö, gewöhnlich oder sowas. Das sieht... Das sieht nicht schlecht aus. Das P12 nutze ich relativ viel eigentlich, ne? Bandit. Jetzt habe ich auch einen Waffen-Skin für Bandit. Ist ja nicht schlecht. So, dann machen wir auch gleich weiter. Ich glaube, das ist das letzte Pack, oder? Oh, nochmal selten. Was ist hier drin? Äh, mir gefällt irgendwie nicht. Und Jäger spiele ich in letzter Zeit auch nicht mehr. Ach, machen wir weiter. Komm, noch einmal Black Ice. Also, Alter, Black Ice 3 P90 Instant gezogen. Besser kann es doch nicht laufen. Aber jetzt hoffe ich noch auf einen Cheezy. Komm, ich aber nicht. Und noch ein Skin. Ach, der ist noch schlechter. Das war mein letztes Alpha Pack. Ah, Mann. Das war mein letztes Alpha Pack. Komm, ich kann noch die ganzen Skins hier rauf tun. Äh, er sagt Black Ice, mach ich rauf. Ne, können wir uns das noch mal ansehen. Die P90 ist zwar nicht meine aktuelle Waffe. Die ich ausgerüstet habe. Äh, aber jetzt hier mit so einer Black Ice Tarnung. Kann man sich geben, ne? Das kann man sich geben. Sieht auch ganz schön aus, wenn ich... Komm, machen wir noch einen schönen Tals. Ja, machen wir noch einen... Jetzt will ich auf der Pumpkin rauf. So, mach ich nochmal für die MP5. Ein Skin rauf, weil mir gefällt dieser normales Skin irgendwie nicht. Jetzt hab ich... Hey, so ein saure Regen-Skin. Na gut. Ist ja auch nicht schlimm. Habe ich jetzt überhaupt Black Ice drauf gemacht? Ne, ich hab Black Ice nicht drauf gemacht. So, weißt du, jetzt... Jetzt kann ich so immer voll krass angeben in den Spielen. Ja, jetzt muss ich mit P90 spielen. Mag ich aber nicht. Na gut, dann... Ich wusste nochmal für Bandit... Verbandit seine Pistole den Skin aus. Und verabschiede mich dann, ne? Dann war's das jetzt. Mit Rainbow Six Siege war wahrscheinlich eine relativ kurze Folge, aber... Neu Alpha Pack Opening muss es auch mal geben. Neu Alpha Packs ist an sich jetzt nicht allzu viel, ne? Muss man an dieser Stelle sagen. Ist leider so, aber... So lange... Weißt du, ich hab so viele Spielstunden jetzt gebraucht, um überhaupt diese Neu Packs zu bekommen. Ich werde es immer so machen, wenn ich neun Packs habe. Immer wieder ziehen. Das dann so weitermachen. Komm, wir rüsten noch das für Kapkan aus. Dann war's jetzt an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich... Mach noch hier dieses... Achso, nicht Waffen Skin. Ne, nicht Waffen Skin. So, ich verabschiede mich dann, ne? Vielen Dank für... Aha! So, vielen Dank fürs Zusehen. Mir gefällt der Kapkan-Skin auch immer echt zu sein. Ne, mir gefällt der... Mir gefällt das... Der sieht auch geil aus, Spinnenweben. Na gut, ich verabschiede mich jetzt, ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und Tschüss.